Was geht ab, Leute? Was geht ab? Willkommen zu dieser wunderschönen Ausgabe von Revi Sagt mit dabei heute iCrymax, der sich bei B2O-Partner eingeschlechen hat. Sollte iCrymax tatsächlich aber jetzt gleich bei Revi Sagt verkacken, muss ich iCrymax selber das Leben nehmen. Das wird nochmal ein bisschen unangenehmer für ihn, denn der Boy spielt heute ein wenig mit mir. Und ich dachte mir, meine Freunde, dass es mal eine ganz gute Möglichkeit wäre, um zu testen, wie gut so ein Max eigentlich zuhören kann, Leute. Um Abos zu bekommen. Achso, eine gute Möglichkeit, wirklich um Abos zu bekommen. Ja, das glaube ich dir, die Galle. Leute, wir sind heute wieder zu, ich glaube, 25 Leuten. Das soll auf jeden Fall eine ganz solide Runde werden an der Stelle hier. Großes Shoutout an meinen Twitch-Chat. Hier gibt es auf jeden Fall einmal Jonglier, meine Freunde, auf meinen Nacken. Und Revi Sagt, so wie immer meine Freunde, ihr kennt es, Revi Sagt, wir landen alle in Tilted Towers, nehmen keine Waffen auf, landen direkt vor dem wunderschönen Big Bang und bilden eine gerade und lange Reihe. Das sagt Revi. Gleiches gilt auch für dich iCrymax. Okay. Gut, sehr schön. Dann schauen wir mal, meine Freunde, wie es sich dieses Mal gestaltet. Wie gesagt, wir sind noch im Albtraum-Modus. Das Video wird ein bisschen vorproduziert. Das ist aber gar nicht schlimm, weil ich weiß, dass ihr iCrymax und Revi Sagt beide sehr gerne mögt. Ich glaube aber, Revi Sagt eher als iCrymax, aber das passt schon. Ich mag Gaffen. Schön, dass du Lulu in der Hose hast. Das freut mich. Mein Chat auf jeden Fall wieder komplett on fleek hier. Ich muss mich echt bei euch bedanken, Leute, dafür, dass ich den Stream nirgendwo angekündigt habe, abgesehen als ich auf Twitter und einfach live gegangen bin. Eben so 2000 Zuschauer gehabt. Stabile Nummer auf jeden Fall. Kann man die anders sagen, Leute? Bedankt, bedankt, bedankt. So, meine Freunde, Revi Sagt, landet alle in Tilted Towers vor Big Ben, nehmt keine Waffen auf, kniet euch hin und bildet eine gerade und lange Reihe. Dankeschön. Das sagt der gute Revi. Und Revi hat auch heute eine besondere Waffe dabei, und zwar eine Armbrust, mit der er heute die ganzen Kills exekuten wird, denn mehr braucht Revi nicht. Ey, Revi, was bekomme ich, wenn ich gewinne? Max, wenn du gewinnen solltest, was ich für höchst unwahrscheinlich halte, Kollege. Aha. Solltest du wirklich gewinnen? Ja. Kriegst du von mir einmal Custom-Server-Zugang. Oh. Okay. Ist nicht schlecht, oder? Das ist gut, ja. Ey, da schlägt bestimmt jemand. Nichts schlagen, wer schlägt dich? Neben mir, keine Ahnung. Paul Berger. Hab dich im Visier, Junge. Okay, jetzt gib dein Herz. Jetzt ist er korrekt. Gib ihn. Das Problem ist leider, Max, ich hab ganz genau gesehen, wer es war. Und, naja, da hat halt einfach jemand Revi Sagt nicht befolgt, deshalb. Schade, Caro. Aber, ne, wenn ich sage Revi Sagt schlagen, dann schlag dir. Und wenn ich sage, macht gar nichts und kniet da nieder, dann macht dir gar nichts an der Stelle. Es tut mir leid, aber es sind die Regeln, ja. Also, Revi Sagt, begrüßt mich doch bitte, wenn ich rauskomme, mal mit einem kleinen Tanz. Das wird ja mal angebracht, oder? Tanzt bitte alle mal. Ähm, Max? Hä, du hast gerade gesagt, tanzt bitte alle mal. Revi Sagt, begrüßt mich mit deinem Tanz, Max. Ich geb dir letztes Mal, Alter. Dann musst du beim Zweifel mal aufhören. Revi Sagt, aufhören und hinknien. Ey, hör auf, hör auf. Ja, Bruder, wer nicht hören will, muss fühlen. Revi Sagt, alle Comedy-Skins, sprich alle Cowboy-Skins, weiblich, bitte einmal vortreten. Okay, den einzigen habe ich gerade umgebracht, interessant. Revi Sagt, oh, Comedy. Das war aber knapp, Kollege. Comedy, komm mal bitte hier rein. Ja, schade. Da hat das Revi Sagt gefehlt. Revi Sagt, alle Standard-Skins, bitte mal zu mir kommen und hier draufstellen. Das ist eine ganze Menge, Alter. Standard-Skin-Army. Revi Sagt, alle Standard-Skins, jetzt einmal bitte den Standard-Tanz machen. Revi Sagt, alle Standard-Skins, bitte den Standard-Tanz machen. Das nicht der Standard-Tanz? Das war auch nicht der Standard-Tanz? Ich kann aber auch erst mal suchen. Revi Sagt, alle Skins, bitte mitkommen. Revi Sagt, berührt nicht meine Rampe. Berührt. Nicht berührt. Oh, close, Mann. Revi Sagt, kommt hier hoch und springt auf den Bus. Wer zuletzt auf dem Bus ist, ist ein toter Mann oder eine tote Frau, je nachdem. Ach so, dieser Bus. Ja, kommt schon. Es ist machbar, es ist machbar. Oh mein Gott. Es ist machbar. Knappe Hase, knappe Hase. Kommt schon, kommt schon, kommt schon, Leute. Los, 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 los. Nicht müde werden, nicht müde werden hier. Ey, 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 ist die Treppe weg. Okay. Und der Spinn, ey. Kommt schon, das dauert mir alles ein bisschen lange. Gut, stehen bleiben, Standard Skin. Standard Skin, bitte stehen bleiben. Müsst du dich noch verabschieden mit einem wunderschönen Emote. Gut, YOLO-Krieger. Der blaue Bär, komm mal bitte ganz kurz zu mir und nimm diese Granate hier. Blauer Bär, komm mal bitte zu mir und nimm die Granate. Okay. Clown Skin, komm mal her zu mir. Komm mal her. Doch, doch, komm. Revi Sagt, Clown Skin, komm mal bitte her. Stell dich mal hier oben drauf. Oh. Oh, Bruder, das war knapp, ne? Hast du selber gemerkt, oder? War nicht gerade angenehm, ne? Revi Sagt, Clown Skin, stell dich bitte hier hinter den Fahrradständer. Das geht ja gar nicht, ne? Okay, dann geht zurück in die Reihe, komm. Ja, moin. Jawohl, Price. Okay, Revi Sagt, alle Skins bitte mitkommen. Okay, kommt mal alle her. Geht bitte hier vorne in die Hütte rein. In die Hütte rein. In die Hütte reingehen. Kommt in die Hütte. Los, kommt mit. Hahaha. Hahaha. Revi Sagt, alle Skins in die Hütte, wer zuletzt drin ist, ist tot. Ey. Oh, Max. Oh, Max. Ey, komm, das war mies, Alter. Du kannst dich immer noch vordrängeln, Max. Hör auf, Leute zu schlagen, Max. Das ist nicht fair. Ey, ich komm nicht rein. Wann. Oh, dann könnt mal. Macht Platz da drin. Macht Platz da drin. Ah, okay. Okay, okay. Standard Skin, stopp. Beide asiatische Standard Skins bitte mitkommen. Revi Sagt, bitte beide mitkommen. Revi, frag, wie viel Leben habt ihr beide? 90. Du hast 90? Ne, der andere hat 90. Revi Sagt, beide Skins hier drin stehen bleiben. Einer stirbt zuerst, da bin ich mir sicher. Hahaha. Die malen hier drin Fenster. Oh, bald leicht hat er gestorben. Schade drum. Naja. Gut. Wer hat das Fenster gemalt? Okay, mitkommen. Ja, schade, Alter. Revi Sagt, mitkommen. Ich weiß, da waren noch andere Leute dabei, die mitgelaufen sind, aber das passt schon, das passt schon. Revi Sagt, farmt mir doch mal bitte alle eine Menge Holz, weil das brauche ich jetzt ganz dringend. Revi Sagt, alle Skins, die jetzt Holz haben, bitte herkommen. Revi Sagt, alle Skins zu mir kommen, bitte. Revi Sagt, droppt mir alle das Holz hier vorne. Revi Sagt, droppt die Schrotflinte. Drei, zwei, eins. Revi Sagt, noch einmal, droppt die Schrotflinte. Drei, zwei, okay. Revi Sagt, ist egal. Revi Sagt, mitkommen. Lass die Schrotflinte bitte liegen. Revi Sagt, folgt mir. Mein Crimex ist auch losgelaufen. Jaja, ich weiß, aber man muss ein bisschen Kulanz gegenüber Max zeigen. Der ist nicht der hellste. Ja, moin. Ach, du hast das gesehen? Oh, Digga, ich bin runter... Hä? Was geht denn ab, Alter? Stell dir mal vor, ich wäre jetzt gestorben. Revi Sagt, berührt das Lootback gar nicht erst. Oh, nice. Revi Sagt, alle Skins mir nach, bitte. Revi Sagt, die Skins, die jetzt leider Gottes zuletzt landen, sind tot. Revi Sagt, landet trotzdem alle bei mir in der Nähe. Okay, ciao, Digga. Max, ich glaube, das warst du an der Stelle. Jaja, ich bin falsch geflogen. Revi Sagt, bildet alle eine Reihe vor mir. Revi Sagt, I Cry Max, stell dich hier drauf. Revi Sagt, I Cry Max, Knie nieder. Revi Sagt, jeder Skin darf jetzt einmal I Cry Max hauen und dann sich wieder hinten anstellen. Und los. Revi Sagt, stellt euch alle um I Cry Max drumherum. Revi Sagt, ich würde nun wirklich, wirklich zelebrieren, wenn wir alle mal ganz kurz einen Losertanz machen könnten. Revi Sagt, prügelt I Cry Max tot. Revi Sagt, mitkommen. Max, es tut mir sehr leid. Alles gut. Aber du bist wirklich ein bisschen zu dumm für das Spiel. Ich bin wirklich schlecht. Revi Sagt, wiederholt. Die letzten beiden Skins, die landen, sind leider tot. Revi Sagt, blauer Bären Skin, bitte knien nieder. Revi Sagt, du auch knien nieder. Revi Sagt, stellt euch nebeneinander. Revi Sagt, alle anderen Skins bitte Abstand halten. Revi Sagt, auf Wiedersehen. Revi Sagt, die anderen Skins mir bitte nach. Einmal hinknien. Revi Sagt, auf Wiedersehen an dich. Revi Sagt, bitte einmal hier vorne zwischen die beiden Vans stellen. Revi Sagt, sämtliche Skins im Halloween Theme bitte mitkommen. Revi Sagt, bleibt ganz kurz hier stehen. Okay, gut, gut, gut. Revi Sagt, Halloween Skins hinknien. Aufstehen. Revi Sagt, hinknien. Revi Sagt, aufstehen. Revi Sagt, springen und dann hinknien. Revi Sagt, Halloween Skins aufstehen. Revi Sagt, hinknien. Revi Sagt, aufstehen. Hinknien. Revi Sagt, Halloween Skins mitkommen. Revi Sagt, Standard Skins weiblich, bitte vortreten. Revi Sagt, geht in den Würfel. Revi Sagt, der Letzte, der noch lebt, überlebt. Revi Sagt, GG's. Revi Sagt, alle hier vorne zum Zombie Ding kommen und das Ding abbauen. Revi Sagt, lasst euch nicht von den Zombies töten. Revi Sagt, alle Skins hier runter kommen, bitte. Revi Sagt, die beiden Skins, die sich innerhalb der ganzen Zeit nicht in einem Busch versteckt haben, sind tot. Revi Sagt, los. Revi fragt, möchte dich noch irgendwie verabschieden. Revi Sagt, alle Skins bitte wieder zu mir kommen. Revi Sagt, die Skins, die zuletzt auf den Vans stehen, sind tot. Revi Sagt, Stopp. Revi Sagt, Stopp. Du kommst bitte auch nochmal runter, es tut mir leid. Revi Sagt, ihr beide dürft euch nun verabschieden. Revi Sagt, sämtliche Skins wird er zu mir kommen. Revi Sagt, wir machen ein kleines Wettrennen. Ihr seht da vorne den Stein. Einmal um den Stein herum und wieder zu mir zurück. Der letzte stirbt. Revi Sagt, los. Revi Sagt, ja, die Zone tut weh. Revi Sagt, auf Wiedersehen. Revi Sagt, mitkommen. Einmal hinknien. Revi Sagt, hinknien. Mitkommen. Ja, schade. Schade. Revi Sagt, mitkommen. Revi Sagt, alle drei Skins einmal in die Zone. Sollte der erste sterben, dürfen die anderen beiden wieder austreten. Los. Revi Sagt, die Zone nicht verlassen. Revi Sagt, zurückkehren. Einmal hinknien. Revi Sagt, aufs Auto drauf. Einmal tanzen, bitte. Revi Sagt, tanzt. Aufhören. Ja. I kill you back. Das war's dann damit an der Stelle. Revi Sagt, du hast die Ehre, mich diesmal umzubringen. Ich möchte noch ein bestimmtes Emote spammen. Revi Sagt, nimm mir das Leben und beende es. Revi Sagt, jetzt. GG an dich, Wolfix, an der Stelle. Leute, das war's von dieser wunderschönen Runde von Revi Sagt. I Cry Maxx an der Stelle komplett raus gewesen. Wolfi an der Stelle hier gerade mit 6 HP gewonnen. Nice mal, meine Freunde. Checkt auf jeden Fall regelmäßig meine Livestreams aus, ihr wisst Bescheid. Und ich küsse eure Augen, Matsko, bis zum nächsten Mal. Tschüssian. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal.